Schneckentempo. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meinem Gast über Fahrräder, über Energy Gails, über extra breite Laufschuhe und über elektrische Muskelstimulation. Herzlich willkommen, Roger Mielenk. Wenn wir in dem intensiven Bereich laufen oder Rad fahren, dann wird es uns schon mächtig schwerfallen, vernünftig zu kauen, zu schlucken. Da ist ein Gel, was im Grunde genommen, was ich einfach schlucken kann, das muss ich nicht kauen, hat natürlich enorme Vorteile. Warum? Wenn man sich mal unsere Füße anguckt, wie die Füße geformt sind und wenn man sich dann den normalen Schuh anguckt, dann laufen die beiden vor mir nicht übereinander. Ja. 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 Ja.